. Sorry, darf ich euch schnell stören? Ja. Wo ist die Jungschi Rambock? Also, da ist der Platz von der Jungschi Rambock, das sind Zelt. Ah, du bist selber von der Jungschi Rambock? Ja. Könntest du mir etwas über die Jungschar erzählen? Ja, wir sind die Jungschi Rambock von Interlaken und wir treffen uns jeden zweiten Namen, die Sinti im EMK für Jungschi zu machen. Wir singen sehr gerne, wir sind aber auch sehr gerne im Wald. Ja, das ist ein Teilnehmer von uns. Wir sind sehr gerne im Wald, wir rotzen. Und hier im SCR sind wir mit den Jungschi Adler und den Jungschi Haslitzwergen und wir befinden uns in der Region Bern. Das ist interessant. Was gibt es auch noch zu sagen? Wir sind sehr ehrgeizig und motiviert und wegen dem haben wir auch den Wabi gewonnen. Wer gewinnt? Ich gratuliere euch! Komm, gewinnen wir! Wow! Sehr speziell an uns ist auch noch, wir haben ein Slater-Team, das immer wirklich top vorbereitet ist, immer perfekt. Das war die jüngste Rambocker, ich habe es endlich getroffen. Ich habe mich so darauf gefreut. Das ist toll! Heik. Paprika. Akkusativ. Janik. Floedo. Christian. Patrick. Kakari. Maggiata. Flickflack. Sabaya. Allegro. Walkie-talkie. Dextro. Twist. Hupe. Capriolo. Friedrich. Saphir. Ich bin Fuoco. Blick auf! Ich bin Vorabisch. Ich bin Vorabisch. Ich versuche mit videos zu direct. Ich versuche mit die Heute mal raus. Ich versuche этоément für ganzeсе Racheanisch. Ich versuche Angriff .